War das schon alles? Ja, ich bin hilfsbereitet geworden und Tapffahrer. Und die Beziehung zu Chris hat sich verbessert. Das Foto haben wir doch schon gesehen. Das haben wir auch. Die Vermisstenanzeigen. Ja. Fortsetzen. Wo sind wir hier nur reingeraten, Chris? Da ist die Säge. Da sind noch mehr Sägen. Warum willst du dazu nichts sagen? Was ist das? Schau es dir an. Das sind wir. Okay. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Offenbar. Das würde mich ziemlich belasten, wenn ich euch wäre, Leute. Auf dem Tisch noch irgendwie was. Ne. Chris? Wo ist der Idiot hin? Da. Was machst du da? Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's aber... Verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Komm schon. Chris. Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen, los! Okay. Ach, geht zu Chris. Okay, du hast recht, ich komme. Der Typ hat... ...oder... ...hat für mich ausgesehen wie der Killer. Und da ist ein Clown. Hab ich schon nochmal erwähnt, dass ich Clowns hasse? Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei dem im Kopf vorgeht, Ash. Ja, ich weiß es auch nicht. Hier zum Clown. Hi, Clown. Ja, das sind Sams Kleider. Das ist... Krank. Das ist total krank. Ist das Sam? Dieser Psycho war also hier unten. Ganz sicher. Du musst du erst immer noch hier? Ich hoffe nicht. Was? Soll dieses Ding überhaupt hier? Das würde ich auch gerne wissen. Ja, was soll das hier? Sie sind all den Schweinen. Das ist ziemlich beängstigend. Sam lebt also noch. Wenn es keine Aufzeichnung ist. Oh mein Gott. Kann ich sie wenigstens retten? Geh da rein. Oh Chris. Oh nein. Sam? Sam! Chris! Ist sie tot? Oh, wer denn... Sie ist... Sie ist... Sie ist nicht tot. Oh, wer weißt du denn? Sie atmet noch. Sie ist nicht tot? Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Oh. Ja. Oh nein, 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 nein. Das ist übel. Ganz übel. Wir müssen sie hier rausschaffen. Oh Chris. Oh shit. Hallo. Geh weg. Bleib mir gefälligst vom Lacken. Oh. Nein, 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 nein. Dir zeige ich's. Was? Dir zeige ich's. Das tat weh. Oh, mein Kopf platzt. Jetzt muss ich wählen, ob ich Chris... Oh Mist. Ash? Ash? Nee. Ich dachte ihm nur an, ob ich Chris oder Sam rette. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein. Das ist ein krankes Spiel. Oh Gott, nein. Oh. Du perverses Stück Scheiße. Monster. Zieh dich auf, im Endsterben, Chris. Russisches Roulette. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen. Es ist so unfair. Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf. Sag's. Wir reden immer drum herum. Und jetzt? Ich wein. Wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war. Ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Das ist so mies. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott. Ashley, ich hol hier raus. Ich lasse dich nicht sterben. Oh, los, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh Scheiße. Oh Gott, Chris. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clue. Ja. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Freu doch nicht albern, Chris. Lass mich dieses Mal entscheiden. Lass mich dieses Mal nicht retten. Nein. Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun. Chris, bitte. Oh Gott. Das ist so mies. Das ist wirklich verdammt scheiße. Diesmal bist du zu weit gegangen. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Ja. Ist eindeutig zu weit gegangen. Also was gibt dir das Recht hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Ja, so viel zu was Besonderem. Es ist ja cool, wenn ich den Killer spielen könnte. Du bist krank. Ein krankes Schwalm. Ja, das fällt dir erst jetzt auf. Also was zu Ende hast du ihn langgetan? Hä? Was zu Ende hast du ihn langgetan? Ja, du bist nicht besser, Hill. Wirklich nicht. Jetzt muss ich mir das nochmal ansehen. Wow, das ist schräg. Hey, Leute, kommt schon. Ich... Hallo? Sam? Oh Gott! Chris, nur du entscheidest. Hallo? Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte. Was zum Teufel? Nein! Shit! 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 Siebens. Gewalt. Vier Stunden bis zum Morgen. Sam! Sam! Wach auf! Mike, bist du das? Shh! Was? Komm hierher! Ja, wie denn? Wie sind das die sieben oder acht Phasen der Trauerbewältigung oder wie man das nennt? Sie hat sehr schön gemachte Zähennägel. Wobei ich nie verstanden habe, warum, dass man sich die Zähne so schön macht. Es sieht ja sowieso keiner. Ich meine, die Finger ist was anderes. Ich bin ja neugierig. Ich verstehe nicht, wie bist du hergekommen, hierher zu mir? Ein verdammter Irrer läuft hier oben rum. Ja, das weiß ich. Er lebt in einer Art Labyrinth aus Tunneln. Ich wollte irgendwie raus und da war dieses Gitter und dann du. Hör zu, dieser Typ, von dem du sprichst, er hat mich angegriffen. Er hat mir auch Videos gezeigt. In einem davon wurde Josh ermordet. Er wurde zerfetzt von diesem riesigen Scheiß-Sägeblatt. Verdammte Scheiß. Was für ein kranker Scheißfilm ist das denn hier? Ein sehr kranker. Er ist seine Tür. Sie geht nicht auf. Kannst du sie von da auf machen? Was ist denn ein Rucksack? Das ist eine Lampe. Okay, sie ist auf. Okay. Ich gehe zu ihm. Ist er da drin? Hoch damit. Du musst das Brett nicht so vorsichtig da hinstellen. Nettes Kompliment. Was soll das werden? Tja, also ein Handtuch ist doch nicht das beste Outfit, um Psycho-Killer zu bekämpfen, weißt du? Würdest du machen, mein? Oh, äh, äh... Ja, klar doch. Das ging schnell. Sie hat nur kurze Hosen. Okay, fertig. Bringen wir es hinter uns. Allerdings. Wie gesagt, sie ziehen sich komisch an für einen Urlaub im Schnee. Was ist denn echt drin? Nein! Nein, nein, nein! Geh weg! Ich denke, er hat das nicht erschossen. Ich denke, er hat das nicht erschossen. Ich denke, er ist da drin. Ich denke, er ist jetzt. Josh? Verdammt! Schwingen. Und zurückschwingen. Und hinschwingen. Und zurückschwingen. Und hinschwingen. Und zurückschwingen. Puh, das ging gerade noch gut. Okay. Geh weiter. Shit! 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 Wir haben alles gefahren. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Ach komm schon. Ist das ein einziges Problem hier? Sieht doch gut aus. Ja. Wie manchen hat man hier immer ne Fackel zur Hand. Okay. Keine Angst, Emily. Hallo. Keine Angst, ich bin hier. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Weg gehe. Verdammt. Ich weiß nicht mal, was ich hier tue. Okay. Kann ich da reingehen? Ist ne Kette. Mist. Okay. Ich bin mal zurück. Ich möchte nicht da auf den Schienen laufen. Vor allem wegen dem Teil da. Löse das. Dann geht's vielleicht auf. Dann geht's vielleicht auf. Sehr gut. Sie läuft wie so ein Zombie oder so. Ach, ich bin zum Aufzug gegangen. Ach, ich bin zum Aufzug gegangen. Wollte ich das? Ich weiß nicht, was ich wollte. Schaufe. Ich hab Feuer gemacht. Irgendwie. Was ist das? Steckohr. Irgendjemand hat doch so Steckkarten mal irgendwo gefunden. Ich weiß nicht, ob das so ne tolle Idee ist. Ich weiß nicht, ob das ne gute Idee ist. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wer treibt sich schon hier in den Minen rum? Also wenn ich mal Skiurlaub mache, dann... ...nur an einem Ort, wo ich... ...ich auskenne. Komm schon. Komm schon. Wo soll ich denn hin? Darüber? Nein. Kann ich hier hin? Auch nicht. Sind alle draußen. Alle 36 haben ausgestempelt. Drinnen sollte niemand mehr sein. Ach, das ist ne Leiter. Na gut. Sieht ja Übungen. Im Leiternklettern. Hoch mit dir. Ouch. Das tat bestimmt weh, Emily. Soviel zu, sie hat Übungen im Leiternklettern. Nein. Nein, nein, nein. Bleib ruhig, Emily. Das sind nur Schädel. Oh Gott. Abartig. Mal sehen, was Emily so von den Andern hält. Mal sehen, was Emily so von den Andern hält. Also habe ich hier etwas gelegt. Ich beloveds gerns die Gordon-Gerode. Aber By 번째 soaked, ist ja schon für eine Prüfung. Ich will so E aprend das mit den » Luister hier. Et jetzt gehen Sie an, den Augenblick, flçons sie aus, dass hier sind desculos nous verwandt.